Und wie sind Sie dann nach Gorleben gekommen? Haben Sie gedacht, nach den Erlebnissen in Kalkar, ich muss da anknüpfen, ich suche mir jetzt das nächste Projekt? Ja, an einem Baum in der Nähe von dem Protestgelände in Kalkar hing ein Blatt wieder. Sommercamp in Gorleben. Und das ja, also Sommercamp, ich meine, das klingt für viele heute wahrscheinlich auch normal. Für mich war das was Besonderes. Sommercamp dachte ich mal, eine andere Art Urlaub zu machen und ist mal was los im eigenen Land und tut mal gleichzeitig was Gutes. Und ja, und den Atommüll wollte ich ja sowieso aufhalten. Dann bin ich da mit dem Zug das erste Mal von Berlin nach Dandenberg gefahren. Das ist ja eine total schwierige Zugstrecke. Und als ich dann ganz viel langsamer, Stunden länger als heute, ja, und eben nicht mit dem Auto, bin da ganz allein hingefahren. Und dann komme ich da am Bahnhof Dandenberg an. Ja, da war ja Kleve eine Großstadt dagegen. Da war ich dann plötzlich sozusagen in der Pampa nach Berlin. Und über irgendeine Fügung bin ich dann bei Marianne Fritzen gelandet, die damals die Bürgerinitiative Lüchö-Dandenberg gegründet hat. Und eine wunderbare Frau, ja, eine liberale Katholikin, weltgewandt und weltoffen mit ihrem Mann, mit dem hatte sie, glaube ich, auch mal in Japan gelebt. Also ich kam in Anführungsstrichen in der Provinz an, so an der Grenze, an der Elbe, weites Land, einsam, deindustrialisiert. Und treffe dann aber auf ein Ehepaar, die in ihrem Haus eigentlich ein Stück offenen Weltgeist hatten. Und ja, und Frau Fritzen hat mich dann gleich so ungefähr gepackt. Da wurde nicht lange Kaffee getrunken. Da kriegte man gleich die Akten von der Atomindustrie zu lesen. Da kriegte man im gewissen Sinne gleich was zu tun. Hier das und das muss kritisiert werden. Hast du schon die Leserbriefe in der Elbe-Jetzel-Zeitung gelesen? Das ist dieses lokale Blättchen da. Ja, da habe ich dann gelernt, dass man in der lokalen Presse, dass man das auch für demokratische Debatte nutzen kann. Und nicht nur für Metzgermeister, Fleischermeister oder wieder eine Hochzeit. Und also ich kriegte dann mit. Und das war dasselbe, was ich jetzt beim Taksim in der Türkei wieder sehe. Da ist eine Kreativität der Leute auf dem Lande und in diesen Kleinstädten und auch bei den Bauern entstanden. Und das war dann Kreativität, die man dann eben nicht in Kunstmuseen findet oder bei denen, die man als Avantgarde der Kultur betrachtet oder so. Sondern ja, bei sogenannten einfachen Leuten. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Das hat mich sehr angezogen. Also ein Stück aus dieser akademischen Welt und auch aus dieser linksradikalen Szene. Inzwischen war das ja dann die feministische und Frauenbewegungsszene bei mir in Berlin. Doch auch da wieder ein Stück rauszukommen. Und ja, mit Leuten, die es auch betrifft, die es unmittelbar betrifft, die es auch in ihrer Existenz betrifft, mit denen zu tun zu bekommen. Und das ist ja eigentlich auch eine Großzügigkeit von denen war. Mit so einer Städterin wie mir, ja, so Feministin, Intellektuelle. Also bin ich Frau Fritzen bis heute dankbar. Und den anderen Frauen, also Lilo Wollny und noch andere. Einige sind jetzt ja leider auch schon gestorben. Die waren im Grunde sehr offen und großzügig uns gegenüber. Haben so gedacht, naja, die spinnen so an ein paar Ecken, haben da so ihre Großtat und linken Mucken. Aber vielleicht können wir sie ja praktisch gebrauchen. Waren Sie denn quasi so etwas wie eine Vorreiterin, als Sie da alleine ankamen an diesem einen Tag? Also waren Sie eine der Ersten, die da aus der Stadt kamen? Ja, ja, ja. Und die anderen aber, die aber schon da saßen, nur in einer anderen Weise waren, Künstler aus Hamburg und Berlin. Aber die waren ja nicht wegen der Antiatur-Währung da. Die hatten schon früh entdeckt, dass das eine wunderschöne Gegend ist, um Einsamkeit zu haben, um da seine Bücher zu schreiben, um da Malerei zu machen. Und da durch diese Künstlerkontakte nach Berlin und nach Hamburg ist dann aber auch ein guter Austausch entstanden. Und es hat die Region dann immer auch in ihren Widerstand und ihren Bürgerprotest immer auch kulturelle Elemente einbezogen. Ja, aber ich war so etwas wie der erste Vogel aus der Antiatur-Bewegung, der dann da ankam. Und ich bin dann den ganzen Sommer da geblieben und habe dann auch das erste Interview mit Frauen da gemacht. Und das war dann das erste Interview mit Rebecca Harms, die jetzt Vorsitzende der Europafraktion ist. Die war dann noch eine junge Schülerin. Und ich habe dann in einer Kleingruppe gearbeitet zu der Situation, was machen wir, wenn die Atommülltransporte kommen. Und da war ich mit einem älteren Herrn, der war damals, glaube ich, schon 70, also für mich damals irre alt. Und noch einem, ich glaube, in Ostfriese war es. Wir kriegten dann den Auftrag, macht mal was dazu, was machen wir, wenn die Atommülltransporte kommen. Und dann haben wir da also so eine Landkarte gemalt, wo die herkommen aus Lahag, weil das lernte ich dann ja alles. Ja, dann hatten wir ein wunderbares Plakat. Achtung, die Atomtransporte kommen. Das hieß dann auch schon Kastortransporte. Und ich dachte mir, ja, aber wann kommen sie denn? Was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht nur das aufhängen. Und dann hatte ich in dem Moment die geniale Idee und sagte, Tag X. Tag X. Und ich glaube, ich weiß nicht, woher mir das gekommen ist, ob ich da irgendwie an die Bibel gedacht habe, an Apokalypse oder an irgendein Buch oder so. Jedenfalls kam mir die Idee, Tag X. Und dann hat der Herr von Allemann da dieses X reingemalt. Ja, und dieses X hat dann ja eine wunderbare Entwicklung genommen. Also es ist für mich eigentlich eine Erfahrung auch aus diesen, sowohl aus der Studentenbewegung, aus der Frauenbewegung, dann aber auch aus der Anti-Atom-Bewegung und dieser Bürgerinitiativ-Bewegung. Dass es so ein schönes Gefühl ist, das gibt einem da auch Kraft. Und das ist ein gutes Zeichen, dass es dann lebendige Demokratie ist. Wenn einem gute Ideen kommen, die weiter wachsen, die weiterentwickelt werden, keiner mehr genau weiß, wo sie herkommen. Und wenn sie gut sind, dann wachsen sie. Und ich war jetzt vor ein paar Jahren, also ich war dann drei Jahre jedes Wochenende da und jede Sommer- und Weihnachtsferien da. Und es wurde so etwas wie meine zweite Heimat neben Berlin. Aber dann konnte ich lange nicht mehr hin und als ich jetzt nochmal da war, ja, hätte ich heulen können, weil in ganz viel Vorgärten steht jetzt dieses gelb angemalte X. Und das ist so. Und das ist so. Vielen Dank.